Servus, wie man in Bayern dem Nachbarstaat, ehemaligen Nachbarkönigreich zu sagen pflegt. Ich habe heute extra das Wohnzimmer aufgeräumt, von daher kann ich jetzt mal die Kamera anlassen. Ist natürlich immer eine komische Situation. Jetzt momentan sehe ich nicht ein Gesicht, sondern nur Fotos, sprich das ist halt die Realität, in der wir gerade leben. Also unsere Lehre läuft ja auch so ab, aber wie wir schon vor zwei Tagen geredet haben, trotzdem macht es Sinn, nicht alle Dinge ausfallen zu lassen, weil das Denken muss ja letztendlich weitergehen. Von daher bedanke ich mich für die Einladung. Ich wäre natürlich viel lieber jetzt vor Ort in Wien, zumal das auch mit Getränken unserer Wahl danach verbunden wäre, die mir aber versprochen wurden, einzuhalten beim nächsten Besuch, den ich auf jeden Fall plane. Und somit versuchen wir einfach das Beste darauf zu machen, wie wir schon vor zwei Tagen geredet haben. Ich präsentiere hier jetzt keinen ausgefeilten Text. Das Medium ist schwierig genug, wenn jemand lesen möchte, dann braucht man das nicht bei einer Zoom-Präsentation vor dem Bildschirm zu machen. Und somit habe ich letztendlich den Vortrag aufgebaut, sehr visuell und verschiedene Stücke eines Bodies of Knowledge, also eines Wissenskörpers auf Deutsch, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob man das so übersetzt, den wir die letzten Jahre aufgebaut haben und an dem wir weiterhin arbeiten. Und ich biete halt einfach bestimmte Einblicke da rein und verweise dann immer wiederum auf Publikationen, die es dann wiederum erlauben, euch im Publikum, ihnen im Publikum, weitere Informationen in die Tiefe halt je nach Gusto aufzusuchen, ohne dass ich jetzt wie ein Teacher meinen eigenen Text vorlese, was auch psychologisch ein bisschen kompliziert ist. Wie ich in meinem Vortrag, in dem Abstract versprochen habe, man muss seine Versprechen halten, sind es zwei Foki, die ich hier versuche oder verfolge. Auf der einen Seite ist es der Fokus auf ethnografische Geschichten und Pluralgeschichten, Erzählers etymologisch auch interessant, es ist keine bahnbrechende Neuigkeit in der deutschen Sprache, dass Geschichte sich ja sowohl auf historische Begebenheiten und Akteure bezieht, als auch die Form, in der diese berichtet werden. Sprich, man erzählt eine Geschichte und man erzählt sie durch die Geschichte. In englischen Sprachen ist es ein bisschen anders, hat man History und Story, aber Story ist ja trotzdem auch ein Bestandteil des Wortes History, also eine interessante hermeneutische Beziehung. Und meine Arbeit die letzten Jahre hat sich immer darauf konzentriert, auf der einen Seite zu rehistorisieren, wie ein bestimmter ethnografischer Wissensbestand entsteht. Sprich, Ethnografie ist ja letztendlich immer eine interkulturelle Wissensform, die weder heute die gleiche ist wie vor 80 Jahren, noch die gleiche ist, wenn man sie durch verschiedene Konzeptionen als Strukturalismus, Poststrukturalismus, was auch immer, interpretieren. Sprich, auf der einen Seite, und das machen wir auch in der Forschungsgruppe so, sind wir daran interessiert, wie Knowledge Claims, Ethnographic Knowledge Claims, also epistemologische Wissenswerte entstehen, sei es nun Ende des 17. Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts und so weiter. Und auf der anderen Seite, nachdem halt Ethnografie an sich oder ethnografisches Wesen rehistorisiert wurde, ist dann die andere Seite unserer Forschung ist, dass die Bewegung zu indigenen Bezugsrahmen, die letztendlich nicht weder als kunsthistorisch zu bezeichnen sind, noch als ethnografisch, das sind ja nun mal Wissensformen, die in anderen Orten wie Wien oder München, Paris oder London erfunden wurden, sondern es gibt andere intellektuelle Rahmen, durch die man die gleichen Dinge, Materialitäten zum Beispiel, verstehen kann. Sprich, mich interessieren oder uns interessieren, indigene Epistemologien, Ontologien, Kosmologien. Und ich habe den Vorschlag so aufgebaut, dass ich praktisch zwischen diesen beiden Dingen Dimensionen hin und her switche, rehistorisieren ethnografischer Wissensbildung und die Bewegung hin zu indigenen Bezugsrahmen. Und ich versuche jetzt mal, ich komme aus der ehemaligen DDR, meine technologischen Fähigkeiten konvergieren gegen Null, aber ich bin immer courageous und werde es auch hier wieder probieren und versuche jetzt meine PowerPoint tonfrei geben. Here we go, ich habe sie geschlossen. Volle Katastrophe. Tonfrei geben. Jetzt müsste ich irgendeine Reaktion aus dem Publikum erhalten von irgendeinem oder einem Nervfreiwilligen, ob man das sieht. Ja, man sieht es noch nicht. Ja, wunderbar, perfekt. Überragend. Fangen wir an mit dem Blick ins Krasi-Museum zu Leipzig. Auf dem linken Foto sieht man den Blick in die ozeanische Ausstellung im Jahre 1938 und rechts zieht man den Blick in die gleiche Ausstellung im Jahre 1954. Dazwischen lag natürlich der Zweite Weltkrieg und es lag auch schon die Gründung eines zweiten Deutschlands, nämlich der DDR, in dem sich dieses Museum befindet. Nichtsdestotrotz sieht man letztendlich, dass es eine ähnliche Gestaltung ist, sei es nun ästhetisch oder inhaltlich, eine klassische Herangehensweise, regionale Unterteilung, Kultur-Areas, Dinge, die man auch in Wien historisch kennt, typologische Einbettung, die materielle Zuordnung zu bestimmten Gegenden im Pazifik. Sprich, obwohl es letztendlich schon einen radikalen politischen Wandel gab, nämlich vom Nazi-Deutschland, links 1938, zur DDR in 1954, sieht man trotzdem noch Kontinuitäten in der ethnologischen Herangehensweise an ein Phänomen oder an ein Objekt wie den Pazifik. Jetzt sehen wir plötzlich das Gleiche, der gleiche Raum 1971. Sprich, knapp 13 Jahre danach, nochmal ganz kurz, zwischen 1938 und 1954, fast der gleiche Pazifik, 1971 ein radikal anderer Pazifik. Erstens radikal historische Herangehensweise, Objekte erscheinen im Hintergrund, der Pazifik wird eingeteilt in globale Flows, Capitalist Expansion, Colonialism, die ganzen großen Storys, die plötzlich, was heißt plötzlich, in den 70er Jahren, durch die Linse von Marxistisch-Lenimismus in der DDR auch die Ethnologie mobilisierte, um andere globale, materialistische, marxistische, sozialistische Geschichten zu erzählen. Der Pazifik wird ja praktisch eingebettet, man sieht hier hinten, ich kann ja hier mit dem Cursor so kommen, man sieht World Maps, man sieht Storys zur Ökonomie, Strategie, Wissenschaft, sprich ganz andere Herangehensweise an ethnologische Wissensbildung, interdisziplinär, radikal historisch, kritisch gegenüber Entdeckung und Erforschung, gesellschaftliche Organisation und gleichzeitig, was phänomenal ist, auch praktisch durch die, durch die Innenausstattung, durch die Gestaltung des Raumes, sieht man letztendlich auch den Modernitätsanspruch der sozialistischen Neugestaltung von kulturellen Räumen, sprich man sieht hier auch diesen Battle der Systeme, nicht DDR verstanden praktisch als rückständiges Land, sondern was hier probiert wird, auch durch solche Interventionen wie Ausstellung, eine sozialistische Form der Modernität zu präsentieren, die im System oder im Kampf der Systeme gegen imperialistischen Klassenfeind zu bestehen hat. Sprich zu dem Zeitpunkt ist das letztendlich Cutting Edge, sowohl auch von der Innenausstattung, die Ästhetik, die mobilisiert wird, um einen ethnografischen Raum zu kreieren, nochmal zurückgehend, also innerhalb von zwölf Jahren eine vollkommen radikale Umgestaltung. Und letztendlich kann man hier auch sehen, das ist ein Beispiel der Geburt der Museologie, sprich Museologie als separate Wissenschaft, die sich nicht nur auf ethnografische Kenntnisse zu bestimmten Regionen beschränken kann, sondern letztendlich auch ästhetische Aspekte mit einbezieht, kommunikative Aspekte, sprich das Museum wird zum Ort des Lernens, zum Ort der Kommunikation und natürlich zur ideologischen Indoktrinierung mit dem klaren Ziel, dass jemand, der dort reingeht, versteht, dass die Regionen im Pazifik entweder geholfen werden müssen, um sich vom kolonialen Joch zu befreien beziehungsweise unterstützt werden müssen durch die Bruderstaaten im sozialistischen Block, die natürlich die Entkolonialisierung, die im 60er-Jahren im Pazifik begann, unterstützten. Gleichzeitig ist es genau die Zeit, als die DDR akzeptiert wurde, international, Holstein, Halstein-Diktrin und so weiter, sprich die 60er-Jahre, war genau die Zeit, als die DDR notwendig war, international anerkannt zu werden, praktisch UN-Support. Und das Museum entwickelte sich zu einem Ort der interkulturellen Begegnung, als, war eigentlich nur interkulturelle Begegnung, als Freizeitgestaltung, sondern als interkulturelle Diplomatie. Das war einer der wenigen Orte, in dem erstens DDR-Bürger die Welt sehen konnten und zweitens internationale Gäste sich repräsentiert fühlten. Sprich, Grassy Museum entwickelte sich von einem Ort des ethnografischen Anschauens zur globalen Weltbühne, was die DDR auf politischer Ebene nutzte für interkulturelle Diplomatie. Wie ich schon gesagt habe, letztendlich, wer daran interessiert ist, das mehr im Detail zu verfolgen, ich habe dazu geforscht, auch zu dieser Notion der zwei Deutschlands, praktisch wie ein Phänomen, wie der Pazifik neu konstruiert wird, wenn sich das jeweilige ideologische, politische System ändert, was natürlich auch Einfluss, Auswirkung auf wissenschaftliche Orientierung hat. Sprich, innerhalb von ein paar Jahren durch eine neue ideologische Linse wurde in Leipzig Nothing Less als ein neuer Pacific kreiert. Und das ist hier eine Veröffentlichung zu einem großen, auch eher Sea-Funded Project, was damals aus Cambridge organisiert wurde, Pacific Presences. Und da ist ein Kapitel dazu, sprich, wer sich damit intensiver auseinandersetzen möchte, das Buch ist erhältlich und zeigt praktisch diese Story, die ich jetzt gerade nur aufgerissen habe, aufsprich, die ethnografische Geschichte oder ethnografische Geschichten während der DDR-Zeit zum Pazifik. Außerdem haben wir diesbezüglich noch ein weiteres Buch, was jetzt im April rauskommt, also in drei Monaten, in dem wir erstens die kuratorische Linse nutzen, auch um die Gestaltung von öffentlichen Räumen durch eine sozialistische Linse zu verstehen. Aber auch da drin sind Kapitel, zum Beispiel von der Stefanie Bach, die aufzeigt, wie Afrika als Kontinent im Grassi rekuratiert wurde, sprich, von einem Ort ähnlich wie hier, den man von außen betrachtet, exotisierende typologische Einteilung zu einem Ort, in dem Länder, zu einem Raum, in dem Länder existieren, die in den 70er Jahren, speziell in den 70er Jahren, halt Brüderstaaten waren, die auf ihrem revolutionären Pfad unterstützt werden müssen. Und in dem Moment wird Ethnografie oder auch Kunstgeschichte ein Instrument der politischen Affiliations und revolutionärer Aktivitäten, sprich, eine ähnliche Story kann man nachvollziehen im Grassi in Bezug auf den afrikanischen Kontinent. Und needless to say, gerade die DDR, die ja letztendlich nicht mit der BRD vereinigt wurde, sondern annektiert wurde, diese Geschichten sind natürlich kaum bisher in weitere Wissensbildung eingegangen, sprich, kaum jemand bezieht sich in kontemporärer wissenschaftlichen Tätigkeit auf DDR-Autoren, was natürlich gerade in Bezug auf postkoloniale oder antikoloniale Tendenzen keinen Sinn macht. Gerade die momentane Debatte lässt ja oft vermuten, als ob wir gerade im Jahre 2021 das erste Mal uns mit postkolonialer Kritik auseinandersetzen, was man hier schon sieht im Jahre 1971, sprich, vor 50 Jahren, ist nicht nur postkoloniale Kritik, sondern antikoloniale Einstellung, antikoloniale Orchestrierung von kuratorischen Interventionen mit dem klaren Ziel, die eigene Bevölkerung in die Richtung zu erziehen oder zu kommunizieren und gleichzeitig global hinsichtlich des Pazifiks und dem afrikanischen Kontinent das Museum für Allianzbildung und so weiter zu nutzen. Sprich, es ist vollkommen wichtig, dass wir diese rehistorisierende Perspektive einnehmen, um nicht dieser epochalen Hubris zu verfallen, als ob wir gerade jetzt seit fünf Jahren uns irgendwie das erste Mal mit postkolonialer Kritik auseinandersetzen. Und dafür müssen wir uns natürlich auch oft erst mal überhaupt mit der innerdeutschen Geschichte oder den Geschichten auseinandersetzen. Sprich, was in der DDR in gewissen Institutionen passiert ist, ist essentiell zu verstehen, inwiefern sich die Beziehungen zu anderen Regionen entwickelten und natürlich unsere eigenen Einstellungen zu anderen Regionen. Sprich, das war die erste Perspektive, die ich aufreißen wollte, das Rehistorisieren von ethnografischen Wissensbeständen. Die zweite Perspektive, die ich in diesem Vortrag aufreiße, ist die Mobilisierung dieser Wissensbildung hin zu Indigen Referenzen oder Rahmen ontologischer, epistemologischer und kosmologischer Hinsicht. Sprich, was ist die Perspektive der Hersteller von diesen Dingen, die wir hier sehen, fern ethnografische oder kunsthistorische Ansätze, die wir aus München oder Wien kommend verfolgen können. Und da ist es am besten, wenn ich mal einen kurzen Film zeige, der sich auf die historische Restituierung von Iwi Kupuna, also Human Remains, menschliche Überrest im Jahre 2017 von Sachsen, Leipzig beziehungsweise Dresden nach Hawaii. Jetzt muss ich bloß noch und das mit Schönen. Ja. Ich freue mich sehr, Sie hier zu einem enorm wichtigen und historischen Moment willkommen zu heißen. Heute übergibt der Freistaat Sachsen aus der Anthropologischen Sammlung des Museums für Völkerkunde Dresden, das zu den staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört, Iwi Kupuna, menschliche Gebeine an legitime Vertreter der Menschen von Hawaii. Es ist aus Sachsen die erste Rückgabe von menschlichen Gebeinen an die Herkunftsländer der Verstorbenen. Und es wird nicht die letzte sein. Die im 19. und 20. Jahrhundert, zumeist durch Raub, Grabplünderungen oder im Zuge der kolonialen kriegerischen Handlungen, erlangten menschlichen Gebeine von allen Kontinenten, gelangten auf unterschiedlichsten Wegen in die Sammlungen auch sächsischer Institutionen. Sie wurden hier zu wissenschaftlichen Objekten. Heute, nach über 100 Jahren, betrachten wir diese Sammlungen aus einem anderen Blickwinkel. Sie werden, wir können sagen endlich, rehumanisiert. Es handelt sich für uns nicht mehr um Objekte. Es sind die sterblichen Überreste von Menschen. Die heute stattfindende für den Freistaat Sachsen erste Rückgabe von menschlichen Gebeinen nach Hawaii ist auch ein Bekenntnis zu Humanität und Respekt. Gegenüber den Menschen, aber auch gegenüber den Kulturen. Damit wird sowohl ein unrühmliches Kapitel beendet, aber zugleich auch eine neue Seite für bessere Abschnitte im Buch der Geschichte aufgeschlagen, die wir nun gemeinsam beschreiten. Dieser Akt öffnet die Türen für weitere vertrauensvolle und vor allen Dingen gleichberechtigte Kooperationen, für gemeinsame Forschungsvorhaben und die kulturelle Zusammenarbeit. Es ist ein Schritt in die Zukunft. Wir bedanken Sie für den Apologen, die wurde gemacht und für die step und die courage von moving forward. Wir sind hier zu sagen, dass wir die Entscheidung haben und unsere Willenpartner in eine productive-verschreifung, als Menschen, als Mitglied, als Mitglied, als Mitglied, als Mitglied, als Mitglied, als Mitglied. Die Struggle für uns starten in 1991. Und es starten mit einem einfachen Request. Und für 26 Jahre, ich struggled zu finden, die richtigen Worten zu finden, zu sagen, bitte, gib uns zurück. Wir sind nicht für speziell treatment. Wir sind nicht für etwas aus der Ordnung. All wir sind für, was wir uns zu bringen, zu bringen unsere Familie wieder zusammen. Und wir sind glücklich und glücklich und glücklich, dass das Gespräch wurde, und jetzt wir sind weiter. Wir sind glücklich, dass das Gespräch war, und wir sind glücklich. Es ist ein Jahrzehnt, und es dauert decades, und es dauert nur ein Moment für die richtigen Leute zu hören, die richtigen Menschen zu hören. There is a sea change and we need not be fearful. This is a relationship that has been born for over a century. And you can too celebrate with us so that they can travel back across the waves that once took them from home. There is a sea change, revel in the waves that bring us together, in the here and now. Well, it's a long version of the film, but also the short version of the film should be able to say that it is actually difficult to do it after the film. I can't watch it. I can't watch it. And it would always be so to me. You could also see a whole talk about this situation. What is not my goal is. There are also people in the public like Gesa Grimme, who makes their Doctor work with us and makes them ethnographically with the Provenient research or also with the Restitution. Sprich, they set themselves together studying, also practicing and studying, what's in this room actually happened. Before we saw only Räume, in which many people were in there. and if people were to see them in the Grassy Museum, it would be the possibility, that people from the regions were, from where things were, was very gering. And what happens here is, that not only things and ethnographic stories, but suddenly suddenly people, who are with these things, and with them biographies, Körper, Sehnsüchte, Traumata and so on. And so on, what we see as a museum as a museum in a radically different direction. What's interesting about, what I also mentioned, that's what I have said before, that it's a place of a place of Diplomatie. That's a high level of the visit of a Hawaiian delegation. Der US-amerikanische Botschafter war vor Ort. Ich meine, es hat 26 Jahre gedauert, bis diese sächsische Institution reagierte und ich habe zum damaligen Zeitpunkt gerade in Sachsen angefangen und das möglich zu machen war zum Teil ein, wie soll man es eigentlich beschreiben? Und man kann es vielleicht gar nicht beschreiben, wie der Prozess vonstatten ging, indem man argumentierte, dass es hier nicht sich um passive Dinge handelt, sondern um menschliche Überreste, die die gleiche Würde verdienen wie jeder, der verstirbt. Sprich, das Argument der Rehumanisierung wurde von uns mobilisiert, um das zu bewerkstelligen. Einen anderen Punkt, den ich noch machen möchte hier ist der Bezug zu dem Vortrag, den ich ja gerade halte, dass ich, wie gesagt, mit ethnografischen Geschichten immer plural, immer plural, immer plural und ozeanischen Museologien genauso plural, plural auseinandersetzt. Die letzte Sprecherin, die letzte Sprecherin ist nicht irgendwie eine radikale Aktivistin, die von europäischem Museum alles zurückhaben möchte und somit das Ende von Anthropologie und ethnografischem Museum einläutet, sondern sie ist eine Museologe. Und was sie letztendlich macht ist, gleich ist praktisch, sie ist involviert in der pazifischen Neuerfindung, was Museologie, Anthropologie, ethnografische Museen oder Kunstgeschichte eigentlich bedeuten können, durch andere intellektuelle, kosmologische, epistemologische, ontologische Bezugsrahmen. Hier auch wieder basierend auf dem, was sie dort kurz gesehen haben, nach der Restitution im Ende 2017 haben wir eine Konferenz organisiert in Leipzig, Sensitive Heritage. Und dort war das Ziel, Vertreterinnen aus den Regionen, wo Restitutionsansprüche vor allem momentan gestellt werden, sprich vor allen Dingen aus dem afrikanischen Kontinent, also heutzutage Namibia, beziehungsweise aus dem Pazifik kommt Outerroa New Zealand in Australia, um afrikanische und pazifische Akteure in Sachsen zusammenzubringen, um das Thema der Restitution zu thematisieren. Und rechts sehen Sie, rechts sehen Sie die Publikation dazu, Sensitive Heritage, Ethnographic Museums, Providence Research and the Potentialities of Restitutions, Sprich, es ist ein Open Access Journal über das Journal Museum and Society, in der Sie sehen können, wie museologische Akteure dieses Problem der Provenienzforschung und der Restitution, die gerade vor allen Dingen auch in Deutschland in aller Munde ist, aufgrund postkolonialer Pressures und Ansprüche, um da auch praktisch über den eurozentrischen Blick hinaus zu gehen. Und speziell mit Noel, Kahanu, die wir vorher gesehen haben, ist es wichtig, wir haben ja praktisch eben die Restitution von Hawaiian Human Remains, also praktisch menschlichen Überresten nach Hawaii gesehen, aber das gleiche Konzept der Restitution findet nicht nur aus europäischen Institutionen aufgrund von postkolonialen Ansprüchen statt, sondern was wir hier sehen, ist eine Restitution zwischen zwei pazifischen Institutionen durch indigene Museologien, sprich, hier sehen wir einen berühmten Feather Cloak, also Feder, Umhang und Helm, der von King Kalanopu, also praktisch einem Hawaiian Leader, an Captain Cook übergeben wurde. Captain Cook hat das dann aus Hawaii nicht mehr zurückgemacht bis nach Großbritannien. Und somit reisten diese beiden Dinge, wo mehrere europäische Institutionen bis zum Museum of New Zealand der Papatonga, also nach Aotearoa, New Zealand. Wie viele in der Audience wissen, natürlich Native Hawaiians, also Indigenous People of Hawaii und Aotearoa, New Zealand gehören zur sogenannten Polynesischen, Gruppe, sprich, sie sind verwandt, kulturell, sprachlich, kosmologisch und so weiter. Und was wir hier sehen, ist ein absolut historischer Event, in dem ein Treasure, also ein materieller Schatz, der mehrere Jahrhunderte sich nicht in Hawaii befunden hat, sondern in Neuseeland zurückgegeben wurde, in dem Kontext nicht als postkoloniale Entschuldigung, wie wir eben gesehen haben, Kulturminister Stange in Tränen in Sachsen, aufgrund der ethischen Implikation dieser Geschichte, sondern hier geht es um das Rebonding, um das, um, 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 um polynesische Beziehung, die es seit, literally seit Jahrtausenden gibt, in dem Kontext, durch die moderne Institution des Museums und durch kuratorische Praxis. Sprich, wir sehen hier Fotos, in dem kulturelle Praktiken, die in ähnlicher Form vor Jahrhunderten praktiziert wurden, in einem anderen Kontext, in einem museologischen Kontext, enteckt werden. Und ich glaube, es ist, braucht man jetzt nicht weiter noch in die Tiefe zu gehen, um schon hier zu sehen, dass hier weit mehr geschieht als eine klassische ethnografische Herangehensweise an Dinge aus dem Pazifik oder eine kunsthistorische Herangehensweise. Sondern hier geht es um die Verhandlung von bestimmten ontologischen Verständnissen, in dem zum Beispiel ein Federumhang wie von Kalainiopuu überhaupt nicht als Objekt zu verstehen ist, sondern subjektähnliche Charakteristiken hat. Und mein Argument über die letzten Jahre in der Arbeit ist, sprich, wenn europäische Theorien reisen können, Foucault, Habermas und so weiter, um bestimmte Situationen wirklich weltweit zu erklären, dann ist es eigentlich mal Zeit, dass auch indigene Philosophien, ja, indigene haben auch Philosophien, in die andere Richtung reisen können, um uns aufzuzeigen, inwiefern wir durch eine Institution wie ein Museum und durch bestimmte Wissenspraktiken wie kuratorische Praktiken die Bedingungen zwischen Mensch und Dingen, zwischen Mensch und Umwelt durchaus neu durchdenken sollten. Sprich, was wir hier sehen ist, dass auch die Restitution an sich sowohl im europäischen ethnografischen Kontext stattfindet, als auch im indigen-pazifischen Kontext, in dem die Institution des Museums Bestandteil indigener Beziehung, Bestandteil indigener Wissensbildung und Regenerierung ist. Wer dazu auch noch mehr wissen möchte, ein Buch, was wir veröffentlicht haben im Jahre 2019, mit, in dem auch Noelle Kahanu, die letzte Sprecherin, in dem Video in Dresden, die auch an diesem Prozess der Restitution von Aotearoa, Neuseeland, Hawaii, eine essentielle Rolle gespielt hat und wie gesagt, auch als Museologin agiert, sprich, an den Prozessen, die zur weiteren Indigenisierung von einem Phänomen wie Curatorship und wie ethnografischer Museologie beteiligt ist. Und weshalb ich eigentlich zu dem Talk eingeladen wurde, heute ist auch mit Noelle, haben wir ein neues Buch rausgebracht, in dem wir praktisch argumentieren, dass es nicht wirklich produktiv ist, das ethnografische Museum abzuschaffen, solche Stimmen gibt es ja auch, sondern dass es produktiv ist, andere konzeptionelle, kosmologisch-epistemologische, ontologische Linsen zu benutzen, um einfach neu zu gucken. Damit wir gar nicht wieder in die Falle reintreten und denken, dass dieser Cloak, also dieser Umhang, als passives Objekt zu verstehen ist. Weil wenn man sieht, welche menschliche Aktivität durch die Präsenz und die Reise dieses Umhangs generiert wird, dann ist es ja kein Stretch of the Imagination, diesem Umhang eine gewisse Handlungsmacht zuzusprechen. Sprich, wenn der Umhang nicht wäre, würde das ganze Treffen hier gerade nicht stattfinden. Und gerade der Pazifik hat dort über die letzten Jahre enorme Revolutionierungen von museologischen, anthropologischen Praktiken hervorgebracht, die in unserer Arbeit eine enorme Rolle spielten. Und hier möchte ich auch nur einige Beispiele aufzeigen von der zweiten Stoßrichtung meines Vortrages, sprich, diese Mobilisierung hinsichtlich zu der, in die Richtung indigener Wissensform. Und in diesem Projekt, das Buch ist praktisch auch, kam letztes Jahr raus, ging es darum, museologische Praktiken im sogenannten polynesischen Dreieck zu verstehen. In Hawaii sehen wir hier Rabanui, Easter Island, Osterinsel und Aotearoa, New Zealand, sprich, was als polynesisches Dreieck oft beschrieben wird. Sprich, ein Raum, der einfach auf eine lange Geschichte indigener Beziehungen hat. Natürlich weiter zurückgeben, als überhaupt die Idee der Indigenität, weil Indigenität als Wort natürlich auch wiederum eine moderne Erfindung ist, die vor allen Dingen dann in den 60er-Jahren politisch Zugkraft gefunden hat. Und hier sehen Sie auch gleichzeitig, weil ja vorhin betont wurde, dass ich momentan ein RC-Projekt zu Indigenität, die es in der 21st Century habe. Diese Kreise, die sich über dieses Dreieck gestalten, das sind wiederum die Regionen, an denen wir uns momentan in unserem Erforschungsprojekt zu Indigenität im 21. Jahrhundert auseinandersetzen, wo wir uns praktisch mit den transpezifischen Beziehungen zwischen dem South Pacific und den beiden Amerikas, plural, was man in Nordamerika kaum hört, das ist the Amerika, was natürlich voller Crap ist. Sprich, das ist auch basierend auf den letzten Aktivitäten nun der größere Raum, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und im Rahmen dieses Projektes haben wir praktisch in Hawaii, Rapanui und Aotearoa, New Zealand mit verschiedenen Dingen experimentiert, durchgeführt und gleichzeitig geforscht, um zu untersuchen, inwiefern die Idee des ethnografischen Museums dort andere Qualitäten gewinnt, die durchaus auch für uns auf dieser Seite dieser postkolonialen Gleichung Signifikanz sind. Und was wir hier sehen, im ersten Case, ist Rapanui, die Osterinsel. Hier haben wir praktisch die klassische Repräsentation nach wie vor, muss man sagen. Der Osterinsel auf der linken Seite, die Moai natürlich, die dominierenden materiellen Überbleibsel einer vergangenen Zivilisation. Kein Mensch ist auf diesem Fotograf, auf diesem Foto zu sehen. Und auf der rechten Seite, wenn man Menschen sieht, praktisch, das ist, sagen wir jetzt mal, die klassische europäische Repräsentation dieser Inseln. Nicht, dass die momentan überall noch so stattfindet, aber sie findet durchaus statt. Da sieht man halt den heroischen Entdecker, natürlich europäischer Herkunft, in dem Moment Alfred Metron. Hier geht es praktisch um eine berühmte Expedition, ethnologische Expedition nach Osterinsel und um Fotografien und andere Dinge, die während dieser Expedition gesammelt wurden und hier repräsentiert werden. Die gleichen Fotografien, die in diesen beiden Büchern beziehungsweise der museologischen Repräsentation zu finden sind, haben ganz andere Auswirkungen auf, also in Rapanui, auf der Osterinsel an sich. Und hier sehen wir Fotografien, wo ich involviert war mit Mara Maruni, einer Museologin, Archäologin am Bischofmuseum in Hawaii und Christian Moreno Baccarati, ein Local Historian, Rapanui Historian, der auch ein Co-Autor des Buches ist, was ich gerade aufgezeigt habe. Und was hier passiert ist, dass digitale Kopien von Fotografien, die während der Motto-Expedition gemacht wurden und sich momentan in Hawaii im Bischofmuseum befinden, wurden digitale Kopien zurückgebracht nach Rapanui. In der Bibliothek des Museums der Padre Sebastian Englert, genannt nach einem bayerischen Missionar, auf den ich am Ende nochmal zurückkomme. Und der Punkt ist hier auch, wer das in die Tiefe gehen möchte, dazu gibt es dann das Buch. erstens werden diese Fotos genau in diesem Szenario, was wir hier sehen, mehr oder anders als ethnografische Bilder. Sie sind Abbildung von Beziehungen zu Vorfahren, Beziehungen zu Lokalitäten, Biografien, Geschichten und so weiter. Also erstens werden hier Fotografien aus dem ethnografischen Kontext heraus mobilisiert, durch den sie produziert wurden und oftmals natürlich mit Kategorien wie Typologien und so weiter, die keinen Rahmen für oder keinen Raum für individuelle Namen hatten. Und gleichzeitig ist natürlich in theoretischer Hinsicht alleine so eine mondäne Aktivität hochinteressant, um neu zu durchdenken, was eigentlich ein Fotograf ist. Weil wenn ein Foto Leute mobilisieren kann und Biografien und Reclaiming Processes, in dem individuelle Namen neu vergeben werden, die im Laufe des ethnografischen Prozesses solchen Kategorien wie der Oster Insulaner untergliedert wurden, dann findet hier halt mehr statt als eine klassische Repräsentation, durch die man Fotografien häufig sieht. Sprich, so die gleichen Fotografien, so repräsentiert hier in Belgien beziehungsweise Frankreich und das ist, wenn die gleichen Fotografien reconnectet werden mit Nachform der abgebildeten Personen. Sprich, ein mundäner Raum wird viel mehr als ein klassisches ethnografisches Verständnis eines museologischen Raumes letztendlich anzudeuten scheint. Zweite Beispiel, habe ich ja gesagt, Neuseeland war die zweite Fallstudie. Was wir hier gemacht haben, ist, dass ich zusammen mit zwei indigenen Kustoden am Museum of New Zealand de Papatongareva gemeinsam die samuanisch-deutsche Geschichte bearbeitet habe. Viele oder vielleicht alle in der Audience wissen, war ja Samoa lange eine deutsche Kolonie. Und was passiert jetzt, wenn man nicht interessiert ist in Samoa, sondern in German Samoa, sprich Deutsch Samoa, sprich eine historische Epoche dieser Inselgruppe. Und was passiert, wenn dann, weil momentan in der Museumslandschaft wird ja viel verlangt, mit Kuratoren der Herkunftsgesellschaften zu kollaborieren, was passiert jetzt, wenn der Informant aus der Herkunftsgesellschaft aus Ostdeutschland kommt, sprich was passiert, wenn ein Anthropologe wie ich aus der DDR stammt, Indigenen Kuratoren hilft, um gemeinsam die Samoanische deutsche Geschichte aufzuarbeiten. Und im Rahmen dessen haben wir halt kontemporäre Dinge gesammelt, sprich, wir haben danach gesucht, welche Spuren überhaupt zu erkunden sind, die darauf hindeuten, dass es diese Vergangenheit gibt. Ich meine, jetzt ist viel passiert durch die gesamte Humboldt-Forum-Geschichte und überhaupt postkoloniale Debatten, aber erstens ist es in der Breite auf jeden Fall ein recht neues Phänomen, obwohl wir natürlich gesehen haben, vorhin im Jahre 1971 gab es schon antikoloniale Ausstellungen in Leipzig, Nichtsdestotrotz zum Beispiel in der Mainstream School Education, ich fange immer meine Vorlesungen in München an und frage, was die Studierenden aus Bayern wissen über die deutsche Kolonialvergangenheit und über die DDR. Und dann ist erst mal ein paar Minuten absolute Ruhe. Ich muss mich kurz kümmern. Sprich, in der Situation, in der es kaum schriftliche Quellen oder journalistische Aktivitäten oder Schulaktivitäten gibt, zu dieser gemeinsamen Vergangenheit werden materielle Spuren umso wichtiger. Und hier war praktisch die Exercise, die Idee war, dass wir gemeinsam sammeln von beiden Seiten materielle Spuren dieser gemeinsamen Vergangenheit. Wie gesagt, wer sich noch intensiver damit auseinandersetzen will, kann das gerne im Buch tun. Also auch dieses kontemporäre Sammeln, was ja leider von Museen aufgrund auch von Budgetzwängen nicht oft unternommen werden kann, um auch zurück zu historischen Beständen sprechen zu können, um ganz einfach die Dynamik von kulturellen Beziehungen auch aufzeigen zu können. Den Hawaii-Käse hatten wir vorher behandelt. Was ich jetzt aufzeigen will, das waren praktisch zwei Beispiele, Rapa Nui und Samoa beziehungsweise Aotearoa Neuseeland aus dem Buch, was jetzt rausgekommen ist. Und jetzt möchte ich aufzeigen, inwiefern wir diese Arbeit weiterführen in unserer momentanen Arbeit zur Indigilität im 21. Jahrhundert. Und eines der Projekte, die praktisch auf unserer Arbeit zu Samoa aufbaut, ist ein Projekt, was ich mit Safua Akeli Amama durchführe, was wir Samo Multiplicities nennen, basierend auf dem Faktor Samoa auch getrennt wurde. Sprich, es gibt heutzutage, wie wir hier auf der Karte sehen, Samoa oder Formerly Western Samoa und American Samoa auf der rechten Seite. Und was wir auch interessant sehen, ist hier, wir sehen auch die International Dateline, mittlerweile geht sogar die Datumslinie durch eine Insel, die eine jahrtausendalte gemeinsame Geschichte hat. Und in dem Projekt interessieren uns vor allen Dingen Manoa Manoa Island, was wir hier sehen und Manono auf den ersten Blick insignifikantere, aber genealogisch signifikante Regionen. Und wir sind daran interessiert, wie diese Antien, diese Antiten Beziehung sich im 21. Jahrhundert gestalten. Sprich, nur weil Samoa halt auf den ersten Blick getrennt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es in der Tiefe getrennt ist. Und wir sind interessiert daran, wie sich diese Beziehung heutzutage gestalten. Und was wir die letzten Wochen gemacht haben, Feldforschung ist ja logischerweise noch nicht möglich, man kann ja nicht mal bis nach Wien. die letzten Monate haben wir deutsche Museen nach Spuren zu Manono und Manua aufgesucht. Und hier zeige ich praktisch nur so kurz auf, was man in Museen wie finden kann, um beide Dimensionen, die ich ja heute anspreche, zu bedienen. Wie gesagt, das Rehistorisieren ethnografischer Wissensbestände und die Bewegung zu indigenen Rahmen. Auf der linken Seite sehen wir zum Beispiel eine signifikante Häuptlingsfigur. Diese Fotos habe ich mittlerweile zu Safua geschickt, die im Te Papa arbeitet in Neuseeland, um zu sehen, was von Neuseeland beziehungsweise Samoa Seite dazu mobilisiert werden kann. Aber wie wir vorhin auch schon geredet haben, Foto oder angesprochen haben, Fotos bilden nicht nur Dinge ab, sondern Fotos tun was, Fotos machen was mit kontemporären Menschen, wie wir im Fall von Rapanui gesehen haben. Aber auch Behind the Scenes ist natürlich auch genauso interessant, überhaupt erst mal zu verstehen, wer ein Foto macht, aus welchem Grund. Und in dem Fall zum Beispiel haben wir das Foto habe ich in Leipzig gefunden, gleichzeitig Informationen zum Fotografen Kubari, so ein Proto ethnografischer Sammler war, der sein ganzes Leben lang versuchte, zum Teil auch erfolgreich, zum Teil unerfolgreich, sich durch ethnografische Aktivitäten eine Karriere zu verschaffen. Praktisch, man findet in den verschiedenen Lokalitäten verschiedene Teile des Overall Puzzles, durch das man rekonstruieren kann, wie eine Idee, zum Beispiel Samoa auf deutscher Seite konstruiert wurde. Dann sehen wir hier in Stuttgart die Tagebücher von dem ehemaligen Direktor des Museums Stuttgart Krämer, der nach wie vor weltbekannter Ethnologe zu Samoa war, der mittlerweile dessen Schriften auch geradezu Mythen und genealogischen Beziehungen auch von kontemporären indigenen Akteuren in extreme Bedeutung hat. Hier sehen wir Karten, die er selbst verfasst hat von Tau, die in der Manua-Gruppe liegen, sprich neben Fotografien oder Objekten findet man auch kartografische Skizzen, die im Rahmen der ethnografischen Wissensbildung eine Rolle spielten. Rechts das Autothetens Tagebuch in Bremen, wo ich auch hinreiste, wo zu den jeweiligen Inseln Informationen in der Samoanischen Sprache zu finden sind. Und das sind zum Teil Dokumente, die eine enorme Bedeutung haben für indigene Interessen im 21. Jahrhundert, für die Rekonstruierung von Geschichten, für die Revitalisierung von kulturellen Praktiken, sprich Dokumente visueller, linguistischer, kartografischer Art, die in deutschen Museen oder anderen europäischen oder nordamerikanischen Sammlungen zu finden sind, werden zu einer vitalen Ressource für indigene Zwecke, wie wir vorhin im Fall von Dresden gesehen haben, die Restitution nach Hawaii oder wie wir auch gesehen haben in der Restitution zwischen Aotearoa New Zealand und Bishop. Sprich Dinge, die lange als ethnografisch galten und zum Teil auch Schäden angeführt haben, wenn wir die Kategorien wie Rasse oder wie Ethnie und so weiter berücksichtigen, die ja letztendlich auf solche Wissensformen zurückzuführen sind und nach wie vor enorm Schaden anrichten, wie wir letztendlich momentan gerade im Jahre 2021 letztendlich fast global beobachten können. Sprich, es ist enorm wichtig, neu zu verstehen, wie überhaupt sowas entsteht, Rasse. Und unsere Disziplin Anthropologie war da drinnen vollkommen involviert und somit macht es Sinn, das neu zu historisieren, um zu verstehen, wie es entstanden ist, um dann wiederum was anderes draus zu basteln, weil nur weil es einmal für die Erfindung der Rasse nutzte, heißt es ja nicht, dass das auch die nächsten 500 Jahre so der Fall sein muss, oder es heißt auch nicht, dass es in Leipzig das gleiche bedeuten muss, wie in Hawaii oder anderen Lokalitäten. Und im zweiten Projekt, und damit möchte ich jetzt abschließen, damit müsste ich eigentlich top in der Zeit sein, ist ein Projekt mit Diego Munoz und auch Ira Oye, die Ihnen in der Audience sein müssten, zu Collecting Rapanui. Da sind wir, also Diego hat letztendlich schon seit 15 Jahren forscht, er zur Osterinsel, ist in unserem Research-Team und wir sind gerade am Basteln einer Initiative zu Collecting Rapanui, also das Sammeln und wir sind daran interessiert, wie Sammeln letztendlich Wissensgenerierend ist, sprich Collecting to Knowing Through Collecting nennen wir es praktisch ein epistemischer Prozess, der nicht nur abstrakt oder diskursiv verläuft, sondern der Akt des Sammelns spielt eine Rolle, dass ich bestimmte Verständnisse, Wissensinhalte über die Human Condition oder spezifische kulturelle Ausbrückung generieren kann. Ich hatte strategisch gehofft, dass vielleicht Hermann Mückler in der Audience ist, ich weiß nicht, ob er da ist, hat ein Buch rausgegeben zu Walter Knoche, der zum Beispiel einer der Sammler ist, der uns interessiert, auch interessanterweise verschiedene wissenschaftliche Disziplinen bedient, also metrologisch und gleichzeitig ethnologisch unterwegs, Anfang des 20. Jahrhunderts und uns interessieren die verschiedenen Motivationen die hinter Sammlungsaktivitäten stellen. Missionare haben gesammelt, Diplomaten haben gesammelt, Trader und Händler und Anthropologen, Archäologen, sprich diese vier Dimensionen interessieren uns, weil die alle miteinander verbunden sind in einem Prozess, der dazu führte, wie wir in Wien oder München ein Phänomen wie Osterinsel und die Geschichte dessen verstehen. Hier sehen wir rechts auch ein Foto aus dem Buch, also praktisch das ist aus dem Buch die Osterinsel von Walter Knoche, was Hermann Mückler herausgebracht hat mit Marbeio. Ab Montag stürze ich mich in dieses Buch im Detail und wir sehen hier rechts auch eine also praktisch Bestandteile der Knoche-Sammlung, die wir jetzt auf der einen Seite wie am Anfang betont rehistorisieren wollen, um zu verstehen, wie Wissensbildung eine materielle Dimension hat, sprich I need to collect in order to know und im zweiten Schritt, wie wir von Anfang an betont haben, um das Richtung indigener kosmologischer epistemologischer ontologischer Bezugsrahmen zu mobilisieren. Wir sehen hier Moai Kawakawa, also diese Signifikation, neben dem Moai Figures aus Stein, die wir vorhin kurz gesehen haben, also die signifikanten Figuren, die in europäischen Sammlungen zu finden, ist hier rechts, ich glaube Anfang, recht früh, Mitte des 19. Jahrhunderts von Wagler gesammelt, das ist im Museum Fünf Kontinente in München und rechts sehen wir praktisch ein Masterpiece aus dem Jahre 2012 von einem zeitgenössischen Künstler Thomas Ducchi Tepano in Rapanui, mit dem Diego zusammenarbeitet und ich auch schon Kontakt hatte und uns interessiert halt erstens die historischen Bestände zu reconnecten mit indigenen Akteuren im 21. Jahrhundert zum Beispiel durch Visualisierung des Museums Fünf Kontinentes zum Beispiel hat vor, die Rapanui Sammlung noch dieses Jahr online zu stellen und somit können wir praktisch mit den Fotos agieren und wir sind daran interessiert, was dann passiert, wie vorhin auch zu sehen im Beispiel der Fotos, die von Bishop Museum Hawaii nach Rapanui mobilisiert wurden, welche Produktivität können sogenannte passive Fotos oder passive Objekte für kulturelles Leben im 21. Jahrhundert haben, wenn man auch sieht rechts diese neue Kreation schon auf den ersten Blick von enormer Qualität und uns interessieren auch so Fragen wie Exzellenz oder wie Schönheit, wie Ästhetik bewertet wird fern eurozentrischer Herangehensweisen, die halt unter bestimmten auf bestimmten Werten basiert, die erstens historisch zu sehen ist, sprich in Leipzig sah man im Jahre 1730 bestimmte materielle Ästhetiken anders als im Jahre 2019, also erstens ist das logischerweise eine historische Kategorie in Jägerlogalität, aber es ist auch eine radikale interkulturelle Kategorie, sprich Thomas Ducutepano hat most likely sehr wahrscheinlich eine andere Herangehensweise inwieferner Exzellenz Schönheit oder Ästhetik definiert und diese auch umsetzt und das ist letztendlich wieder den Anspruch, den wir mit unserer Forschung haben, dass wir, wie schon mehrmals betont, verstehen, wie bestimmte Ideen entstehen, zum Beispiel auch die Idee der Kunst. In Hawaii gibt es weder ein Wort für Kunst noch für Artefekt, sprich es macht keinerlei philosophischen Sinn aus einer indigenen Perspektive in Hawaii, dass das die beiden intellektuellen Bezugsrahmen sind, durch die visuelle und materielle Kultur Hawaii nach wie vor mobilisiert wird, sprich entweder ethnografisches Museum oder Kunstmuseum, aber letztendlich sind die materiellen Dinge, wie zum Beispiel diese Figur, die wir hier sehen, durch diese beiden Bezugsrahmen nicht vollständig zu verstehen und somit ist es für uns notwendig als Anthropologen, Kunsthistoriker oder was auch immer, unsere eigenen Intellectual Frameworks zu D-Center zu multiplizieren und damit komme ich wieder zurück zu meinem Basic Point, immer Plural Geschichten, Museologien und jetzt ist es 1932 und ich habe, glaube ich, genug erzählt.